hallo ich bin zusammen und herzlich willkommen zu gsb hearts of iron 4 wir sagen jetzt ihr panzer generell damit ihr kommt mal mit ihr kommt alle mal hier mit guckst du guckst du guckst du guckst du runter guckst du dahin guckst du ein zack wunderschön operation wir machen euch fertig beginnt alle mann auf euren positionen jedes panzer geschwarte muss dort muss hin muss italien muss befreit werden es gibt nichts anderes mehr außer die befragung von italien das wäre es noch gewesen egal egal dann sagt man als nächstes in hier so und marine erfahrung was schon soweit ihr seid alle da dann sagen wir bitte kriegse klang machen hier und ich hätte gerne dass ihr überall angreift das reicht auch das ist also in ordnung bitte aggressives vorrücken genauso wie ihr bitteschön aggressives vorrücken so wahrscheinlich jetzt demnächst noch eine verlassen jenen sind und könntet mit theoretisch auch wenn ich das schon mal richtig sehe bis hier drin vorstoßen das wäre auch im bereich ist möglich wenn ich das gerade sehe weil keiner da ist einfach weil keiner da ist so auf die überlegenheit bitte einmal garantieren der stelle dankeschön wir fallen überall ein passt mit der zugang für euch natürlich nicht alles von frankreich abnehmen halb 8 von vereinigten staaten immer doch her damit und weil man die nicht soweit unterlegen sind nach bedarf das müsste meine mein power ordentlich nach oben schießen lassen wir sollten theoretisch eigentlich unsagbar schnell vorstoßen können also ich unsagbar schnell sogar mit herbündnis zusammen mit großbritannien es kriege immer so hin glaubt es man das kriege immer sowas von so auch hin ihr werdet bitte bis nach da hinten einfallen und go 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 und ihr hier wird auch bis nach hinten ein bis nach da hinten einfallen go 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 soll es was soll ist immer noch zwei verschiedene gerade unterwegs ich glaube ja ich glaube sowas von ja dann würde ich doch mal sagen es würde sinne geben wenn meine beiden agenten die hier drin sind vielleicht ein bisschen ihre fühle richtung nach da oben aus den berlin ist doch immer nicht schönes sache wenn man da reinkommen kann so bitte alles einnehmen wunderbar oh mein gott ja wie verbreitet ja ich weiß wir passen gerade ziemlich viel sprit aber massiv sprit sogar land haben wir keine verbinden zu irgendjemanden grad nein überhaupt nicht sogar schade an der stelle schade bei 1 königreich 1 2 3 4 sagt es war überhaupt 1 zu viel an der stelle ja ein bisschen zu viel wir brauchen wesentlich mehr spritzen zum aber gleich alle 1 2 3 4 5 6 zack dankeschön immer schön weiter immer schön weiter bretter durch bretter durch bretter durch beziehungsweise wir können jetzt sagen ihr hier bitte einmal auf normal hier auch bitte auf normal du gehst nach dort hin wunderschön du gehst gleich nach florenz wenn es so weit ist und war und schließt hier ein was 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 du gehst nach unten hin go 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 hier darf nichts neben daneben bleiben überhaupt nichts sogar go 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 ab nach von 1》 2 wird später unten hin neben sehen onesiam sie gerade drauf richtig gut sondern möcht' ich mal behaupten richtig gut sogar ok ja meine gutsten ihr seid noch im an greifen die ihr seid am angreifen das passt soweit mit jetzt sogar auf die afrika doch allende zu mir kommen es passt weiß frankreich darf auch zu mir kommen je mehr leute zu mir rüberkommen so schön und so einfacher wurzels auf der hochwerden bräuchte noch ein paar mehr waffen als drum dann aber ich kriege mal das kriege immer so was man alles noch hin so du gehst nach dahin du gehst dann hier rüber in richtung rum genauso wie du noch da hinten durch gehst dann passt das schon durch nach da und nach dahin und nämlich das quasi ein jetzt sind wir hier auch so weit mal mit dabei und ihr werdet bitte keinen weiteren angriff machen genauso wie ihr und ihr ihr welt verteidigen jeb ihr braucht alle entrenchment bonus damit da nichts mehr immer noch ist mich vergangen anhalten solle zack rein da rein da rein da die vier sind gleich weg von minster wir können dich noch sagen dass wir nicht schlecht ich weiß wir schauen echt nicht gut aus überhaupt nicht gut zugabe agreement das kriegen wir sowas von hin ich bin aber auch hallöchen rom wird gleich uns so sein wenn es weiter geht bitte macht sie kaputt macht sie alle kaputt genauso wir besiegt sie besiegt sie besiegt sie genauso wir zwei rein da rein da ist vollständig entschlüsselt läuft die teilen bitte aktivieren während wir danach richtung deutschland gehen so du auch da rein ich weiß wir haben ziemlich mein power momentan ihr müsst damit einfach zurecht kommen hilft alles nix hilft momentan alles nix wie weit sind wir denn beim kompetitionsvorschritt noch nicht so weit wie ich gerne hätte stelle ich fest noch nicht so weit wie ich gerne hätte du gestirig hier rum diese letzten paar die hier noch sind die müssen ausradiert werden du gehst nach dorthin du gespitte bis nach nepal runter wir brauchen diese paletten sachen gerade drei pacht von kanada jep her damit ich bin auch bereit geschenkungen anzunehmen ich bin bereit schenkungen anzunehmen wie schaut der rest der front aus es geht muss man sagen an der stelle es geht könnte ein bisschen besser sein aber gut wir haben hier ein paar überlappungen das ist auch in ordnung soweit zwei ein gravier zwei angriffe dort attacke und attacke wir haben ein bisschen was übrig tun wir auf ein bisschen was so ein bisschen was hier noch 1 2 3 hier und abgeschnitten leider muss man sagen leider wenn wenn nicht nötig nicht mehr angreifen hier ihr habt kein befehl mehr auf massenangriff das passt schon soweit es passt schon ich hoffe die russen könnte es können damit leben was ich hier gerade verursache ob wir die kriegsführung durchbrechen mit dem panzen wenn es geht aber nur wenn es geht nur wenn es geht drei stück bitte seitwärts angreifen das passt panzerwerk kann nur meins ist fertig die zweite wird auch dem nicht kommen hatte ich aber auch das sehe ich doch gerne das sehe ich doch richtig gerne wir besitzen glaubt keine navy oder sowas nein warum sollten wir auch das wäre zu schön wahr zu sein ähm attacke attacke und attacke ja das wurde besser ein bisschen unschön dann wahrscheinlich ein supply hub abgeschlachtet teilweise ähm wir haben keine verbindung hier runter das müssen wir natürlich ändern eine stufe 2 hier hinbauen bingo verbindungen sind gebaut hier auch hier auch hier auch ähm bitte von da nach da noch eine strecke hinbauen das ist auch recht wichtig ich würde sagen es sind beide wichtig egal wie man sieht es sind beide momentan wichtig wir bekommen noch ein bisschen was hinzu das ist auch schön so was haben wir sonst noch heißt britisch mal ist ja hat probleme okay das königrecht wird wahrscheinlich ein bisschen besser laufen jepp läuft auch besser mexiko das konvoi ist dankeschön jepp lieben gerne nehme ich gerne entgegen ich wollte gerade sagen könnt ihr bitte mal mal gucken dass hier was gehalten wird wenn nicht ist das nämlich echt unschön okay eure aufgabe ist es bitte diesen bereich hier wieder zurück zu obern ich habe noch keine ahnung wie aber ich glaube an euch dass ihr es schaffen könnt wir könnten sogar sagen bitte ich hätte gerne zwölf panzerdivisionen hier die quasi dorthin kommen und ebenso mitmachen bei dem ganzen go 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 so einmal hin ich würde gerade sagen mit panzerstützen müsst ihr eigentlich da durchkommen theoretisch zumindest theoretisch zumindest zur flächte verteidigung bei den italienern da wird nichts glaubst du mir das wird nichts wir bräuchten aber echt feindlich könnte ich da irgendeiner von euch muss hier rüber kommen ich kann die nicht alleine aufhalten das ist ein ding der unmöglichkeit aber sowas von ich meine für den moment könnte man sagen gut vielleicht wenn man doch mitglied werden doch ein bisschen viel gerade können wir das beitreten für den moment können wir es machen für den moment können wir es machen so zugestimmt haben sie okay alte amerikanische zerstörer besorgen baugeschwindigkeit allgemeine höhen ja komm machen umbau der fabriken äh nein definitiv nicht sowas überhaupt nicht ich meine britische navy ja hallöchen ja komm bitte alle her ja wir haben britische panzer wir haben meine damen und herren wir haben sie eben britische panzer gesehen eine weltsensation an der stelle ähm ja ich bin schon mal zufrieden wenn ihr das ding hier zurückbekommt sieben stück hier runter mit euch runter 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 das könnt ihr nicht halten unmöglich vollkommen unmöglich an der stelle marine polze und bau ausbildung unterdrückung bau und reparaturen technologie teilen läuft ich bin da rum teilt alles wurde abfahren passt so weit wir müssen nur lang genug durchhalten das passt dann schon wir müssen lang genug dauern wir haben nur 5 prozent bisher fast eine halbe million tote unschön ziemlich unschön sogar aber die alliaten streitkräfte sind on the way eventuell eventuell das muss man so man weiß nicht so ganz genau ob die unterwegs sind oder nicht so du hier mein gutster infanterie ähm infanterie ist eigentlich hauptsächlich nur zur verteidigung da ihr müsst alle aushalten bis zum umfallen egal wie winderexperten lass krachen festungsknacker plünderer festungsknacker wäre bei dir recht gut wenn du schon mal so gut dabei bist und verbund ne du beschreibt sich auf panzer ausgelegt das passt dann auch schon so weit so ein paar buisinnen kann niemand verwehren und dann sagen wir noch ich hätte hier gerne jemanden der hartnäger verteidigung macht während wir noch was anderes machen das sich schimpft ähm us 2 3 4 so sagt er damit auch meine reserven wieder voll einfach wieder rufen das hirnig hat italien den krieg ach es geht italien gegen italien vor ok warum nicht italien das ist schon mal eine gute sache das sind quasi unsere verbündeten dann oh ja können wir uns danach quasi ein bisschen einverleiben in der fangen chancen auf asse gerade egal wie wir es machen das passt schon dann besorgen wir uns ein paar asse einfach mehr ein guter Tisch willst du damit sagen dass wir wir haben immer noch zu wenig leute momentan wo wir gerade 10% haben ok wir werden auch abgeschlachtet das muss man jetzt auch mal so sehen wir werden gerade abgeschlachtet hallöchen nepal hallöchen aber auch nepal ähm 10% mehr jepp in 40 tagen gibt es neue artillerie danach können wir auch nochmal gucken dass wir neuen panzer besorgen ich wollte gerade sagen wir rumdekommen und den gesamten bereich einkesseln können das wäre wunderbar wer das so wie jetzt also wir pumpen euch voll das passt uns schon soweit wir kommen hier durch wir kommen hier sowas eben so rum ich sehe jetzt kein Problem damit noch weiter Italien platz zu machen ja 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 sie haben es geschafft sie haben es geschafft ja bitte rein damit rein damit töten 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 wir haben noch jede menge lkw sowieso schaut wir haben zu viel lkw stelle ich gerade fest ich möchte mal kaum noch was aber lkw so gut da haben wir viel da haben wir wohl jetzt noch keine lkw mehr warum weil wir das gebiet wahrscheinlich verloren haben so wunderbar das heißt wir können hier ein bisschen weniger machen und müssen hier ein bisschen mehr machen das passt gebt mir mein produktionsland zurück komm schon das bisschen muss uns gehören dann sagen wir ihr die hier sind seit einmal so rum und einmal so rum go und ihr wartest noch ihr wartest noch Italien ist mein zum glücklich sein beziehungsweise gehört dem Protektorat so los geht's go 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 alles mitnehmen wir können alles mitnehmen genau du unterstützt den hier der unterstützt den hier das passt soweit schon unterbindet alles hier unten Italien kann nichts mehr haben die können einfach nichts mehr haben die haben auch nichts mehr nicht erst mal mit Tanu Tanu die solche Republik Italien hier ist es richtig Italien eigentlich hier Republika 96% ja das müssen wir theoretisch gleich haben wenn wir hier quasi angreifen go 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 und go schießt sie raus danke dafür die Opfer kann man das noch ein bisschen machen da bin ich noch entgegenkommen ich bin noch ein einziger Makropunkt da bin ich nur ein einziger ähm da ist keiner der gerade ziemlich nah dran ist stelle ich fest wir haben das alles wieder wir haben München verbunden das ist auch schon mal gut der Rest ist auch soweit gut versorgt ich will gerade sagen wenn wir die noch als so eine Stützung hinten ran bekommen können das wärs das war's Regio Calabino komm 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 das ist der letzte Punkt den wir brauchen dann sind sie gefallen passt passt siezt passt und hat Luft ähm bitte einmal angreifen und und tisch bitte einmal angreifen und und tisch solle können wir nicht als nächstes sagen der gesamte Bereich hier schaut gar nicht mal so schlecht aus ähm wir hast du bis nach da unten einfallen das wäre doch gar nicht mal so schlecht das ist der in der deutschen Vorgehen natürlich auch noch eine interessante Sache aber sagst du mal so auch nicht nein dazu kommt der Randtuch hört auch gleich uns ihr zwei gehört auch uns passt soweit so wir sind hier grün wir wissen ja sowas von grün ähm bitte auch an die Front nach hier runter gehen dann sind wir nämlich auch wieder hier grün noch haben wir zu wenig Leute ich stelle ich fest oder hier bin man nach 100.000 wahrscheinlich auch weil wir parampampampam ja die mögen uns einfach nicht die mögen uns ganze gar nicht Garnisionsunterschützung jup Ausrüstung und Mannstärke beides ähm da könnten wir ja mal fragen hey Great Britain wie schaut's denn aus bei euch äh schlecht okay Resio Geist uns irgendjemand Geist uns Unterstützung Freist Frankreich irgendjemand hallo Achsenmächte Hallöchen Merka Du vielleicht Niemand möchte uns Garnisionsunterschützung geben echt niemand Ich bin noch Mannstärke Region übernehmen Ähm Ja Das ist jetzt auch egal Ich Ich Jetzt auch Egal Okay Dann sagen wir einfach Zack 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 Ihr Halt da Fährt auch auf Wir kommen uns gleich um unsere Panzer noch Ähm Das können wir auch noch Jetzt machen wir uns schauen wir doch mal Mittlerer Panzer So Du Upgradet Und Panzer Panzer Mark 1 Du warst der reguläre Panzer Yep Momentan haben wir die hier drin 37 42 Ja Das ist schon ordentlich Hier drüber Das gefällt mir Funk für mehr Durchbruch und Verteidigung Durchbruch 72 73 73 Das ist besser Durchbruch 3 Stabilisator Doch ich glaube mit dem kann man gut haushalten Verteidigung und Durchbruch und 2 noch Spezialmodule irgendwas was besser vielleicht ist Ich glaube ob wir hier Ah doch Die Schützen wären besser zum Durchbruch Ja aber was soll's Was soll's So sind wir in Ordnung Mark 2 wird gebaut Das heißt Du hier Durch zu Mark 2 4 pro Tag Ist in Ordnung So Flugabwehr Macht das gerade Sinn Da kommen wir noch nicht so schnell hin Das ist 43 Attack Ja wir können auch mal gucken Ob man da vielleicht ein Upgrade reinbekommen Gibt selbstfahrenden Da fetten So Flakpanzer Mit der Bewaffnung Da war nix drin Schwerbewaffnung Da war auch nix drin Flak des Typs 2 Yep Das richtet doch Schaden an Und Verteidigung kriegen sie auch noch dazu Das ist auch in Ordnung soweit Durchbruch brauchen sie nicht da Nob das war's Ich war zack Wobei so der Flak 2 Mark 1 Gebaut So Des Weiteren Haben wir Oh ich hier ja Panzerkanalierfahrzeuge Da können wir sagen Hey Putz uns kurz nach oben machen Damit ihr Wobei Eins Zwei Drei Zack Und Ich glaub so Ist nicht schlecht So können wir's lassen Für den Moment Ähm Heißt aber auch noch Jede menge mehr Rohstoffe Weil Das ist jetzt noch darüber Da noch ein bisschen was rüber Damit ihr uns alle lieb habt Auch Ist ja nicht Wer sonst irgendwas Schlimmes dabei Wir müssen einfach nur durchhalten Das ist schon mal schön Wir müssen nur durchhalten So Wie schaut's denn bei euch aus Ihr macht 75% Es ist in Ordnung Heldentaten Stärkung In Bombardement Ja Das ist einiges Militärparade Bapapapam Zerstörer kaufen Und Gedönsel Brauchen wir es nicht Aber wir Generalmobil machen Das wäre noch was Das können wir machen Mit 150 gleich Generalmobil machen Das gönnen wir uns Jetzt noch Okay Ihr bitte da In die Heimatregion zurück Zack Abfangen Ich möchte nichts mehr Bombardiert sehen hier Überhaupt nichts mehr sogar Wenn wir schon keine Mannstecke dazubekommen Dann muss das zumindest sein Ähm Sind wir mit dabei Falls ja Dumme Entscheidung Ganz ganz dumme Entscheidung Anhalten 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 So Ihr müsst nur noch Durchhalten Wir können auch noch ein bisschen Plündere machen Zur Gaudi Was soll's Ich mein Sie laden uns ein Diesen Knoten Einzunehmen Das muss man jetzt auch mal sagen An der Stelle Okay Verliss Forget it Forget it Ich finde es ein allgemein aus Hier und dort ein bisschen was da Ein bisschen was Aber allgemein Es geht Es könnte Wesentlich schlechter sein Muss man sagen Es könnte wirklich wesentlich schlechter sein Und 150 Ah ja Alle Erwachsenen Ah nee Erstmal Generalmobil machen Das beste was uns passieren kann Momentan Verstanden Fungiert gegen Viché France Okay Ähm Wer ist unklug Ist ganz ganz unklug Denn ich hab nichts an ihren Fronten dran Aber wenn ihr kämpfen möchtet Ihr dürft gerne kämpfen Ich sag nicht nein dazu Ich mein Italien ist weg Die Flotte hier auch Das gehört nachher uns Also von dem her Alles gut Alles gut Bismarx Die gefährliche Flotteninvasion Da hinten Ja Das juckt mich weniger Das juckt mich weniger Das ist schon eher ein Problem für uns Aber wir können alles soweit wie ich sehen kann Abfangen Sicher schon Mindest schon mal etwas So bitte Flug mal rein Zum glücklich sein Wir haben hier Luftdarnschützung Jäger Jäger Dann schmeißen wir euch doch nochmal rein So ob gut es geht Luftdarnschützung Viel Luftdarnschützung Bloß Ja Bisschen wenig Gib ich zu Bisschen arg Welche Aber was soll Der Fall von Wadi Vostok Panzerabwehr Ist am Laufen Das passt auch Das auch Das auch Dann gibt es als nächstes Erstmal den Schub hier Alle 70 Tage Heide doch meine Freunde Heide doch Ich glaube an uns Wir kommen nämlich Bis rein Nach und nach Wieder Wenn so keiner helfen möchte Wir kommen ins Bis rein Infantie Experte Weil schon jemanden haben Geht es nicht mit ihm Schade Was soll es Was soll es An der Stelle Ja Die werden richtig Aufgerieben Gerade Wir haben schon Einiges verloren Das muss man einfach so sehen Ja Gib mir ein paar Pfünderkanonen Gib mir einiges Mal das befestigt Level 7 Nur fort Wir haben nicht Da aushalten können Das Ganze Wow Okay Bereitschaft Ähm Warum Bereitschaft Ihr habt doch was zu tun Hätte ich gedacht Ungarn Quid India Okay Eins Zwei Alpenregion Auch Alpenregion Auch Eins Zwei Wir haben 300 Stück Und ein paar Zerquetschte Es wird niemanden geben Der nichts zu tun hat Jetzt Da Lust feindliche Jäger Zu bekämpfen Das ist wenn wir bei euch sagen Abfangen Okay Jetzt ist nichts mehr los Hier sowieso Ich habe überhaupt nichts mehr Sogar Hier sind noch 2000 Da muss ich nichts machen 2000 ist ein bisschen So viel Ich hätte gerne Mordliche Lieferungen An Waffen Ja gerne doch Während die Alliierten Sich quasi rumschlagen Muss ich mich um nichts kümmern An der Stelle Ähm Was können wir sonst noch machen Wir könnten Kontakt zum Widerstand Zivilfalt Falsche Informationen Ich glaube wir haben noch nicht Haben wir noch nicht genug Hier einsthaft Ist ja schon so mächtig Wow Der Warschauer Aufstand Hm Warum nicht Downhand 5 Tage Für Kontaktaufnahme Gibt es denn sowas Bei euch überhaupt Gibt es denn sowas Bei euch Ich meine Euch geht es nicht gut Das muss man schon mal sehen Es geht euch nicht gut Leibacht von Vereinigten Staaten 92 Ich habe so viel Aber noch So viel haben wir noch übrig Das gefällt mir noch zu sehen Sowas von 842 40.000 Das wird Es wird schon wieder weniger Er wird schon wieder weniger Nein Braucht noch ein bisschen An Garnisierungsstärke In der Hoffnung Dass man es irgendwann Noch zustande bekomme Region übernehmen Iwo Jima Nein Euch hier Region übernehmen Sumaya Kenia Ich glaube das ist ein Eißes Aber Ah eventuell hier Sardinien jetzt da Das ist doch schon mal was Das habe ich keine Ahnung Aber wenn wir Sardinien Bekommen können Das wäre schon mal etwas Haben abgelehnt Ja Das war irgendwie So ein kleines Besink da Okay Wir versuchen quasi Uns über Wasser zu halten Mit allen Mitteln Und werden dann Später sehen Ob das auch irgendwie Früchte trägt 50% Zack Und ich würde sieben gerne wissen Wo hier Der andere Zweig ist Um ein weiteres Forschungsgedünste zu bekommen Waffenindustrie Ausbau Schwere Divisionen Schwere Artillerie Auf Bonis Und Obergrenzen Erhöhung Ich glaube wir müssen Darunter gehen mal Wir gucken was da Gut zu kommt In der nächsten Folge Aber Bis dahin Macht's gut Und wie immer Tschüss Das war's Badm Punkt Bis dahin